Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play GTA 5 und ja jetzt ist der große Tag gekommen, wir überfallen den Diamantenladen. Yo, bin unterwegs. Hallo, Exterminator. 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 Okay. Okay. Nei, Daniel. Okay. Hey, I saw you had some grenades on you. Don't throw them instead of the gas bombs. That wär schlecht. I think I can tell the difference. We're waiting on you. Hold on. Hmm. Da. Ben. Ben. That was it. They going out. You love her. Well, I love her a lot. I just, I wasn't thinking it was... Think about it like this. I mean, I always say that... I told them to fix that goddamn AC. What's going on? Hmm. Let's go. Ich hatte noch mal was sagt. Let's do this! Come on! Follow in your lead. Wir klauen alles. I've been able to get you around a minute and a half before the alarm reset itself. 90 seconds? Alright, that's why we pay you what we do. Hey, we got more than enough time to clean these people out. Let's do it! 120 remaining. These hands weren't built for delicate work. Come on! Let's clear this place out! Screw this, man! A minute left. Hey! Can you get your shit together and stop dropping loot? This is a classy joint! You're good at this, Em! 50 seconds. Screw these rich pricks! Why is this shit so small? We're almost out of here! Get in there, shit! 40 seconds. Yeah, 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 yeah. Alright, that's our target! Keep it up! See how much we can get! Yo, so for the last time, move it! Man, get the fuck out my face! You forget a thousand things every day, pal. Make sure this is one of them. I'll see you at the river. Go! Go, go, go! Matt says this way, boys, alright? I can do with some directions, Kareem! If there's a turn coming up, you gotta tell us, man! You crackhead! Da is... Ah, I'm gonna take the right hand. I'm gonna take the right hand. I'm gonna take the right hand. That is also necessary for the next. The next thing is also necessary. No, wait, what's up? Who, sir? Kareem, you the driver? Shit, where are we going? Shit! It's gone! It's gone! It's gone! It went out from under me! I can do with some damn warnings before... Okay... ... ... ... ... ... ... Ich weiß nicht, wo zu gehen! Du musst aufhören! Hold on! Ich habe meine Beherrungen verloren! Du wißt du, dass du als Fahrer bist! Du musst wissen, wo du gehst! Warte, es war um... Screw es! Wir gehen hier! Ich hoffe, du bist richtig! Wenn ich wusste über die Mutt, könnte ich eine andere Bicke wählen! Hey Karim! Es sind die falsche Bicke zu benutzen hier! Könntest du uns ein paar Scrambler? Du fragst für Bicke! Ich habe fast Bicke! Ich habe fast Bicke! Niemand sagt Scramblers! Oh Gott! Der Fahrer! Ich muss andauernd die Spezialfähigkeit einsetzen! Wegen der beschutzenden Physik! Denk dran! Du hast mindestens eine Million dabei! Oh... Oh! 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 Hey, Onas, fuck! Fuck! Keep going! I'll get to work on the cops in these bulldogs! Help me, you asshole! It's all that much of a river! Drive a truck! What's wrong with you? Man, can you kick them off us? Cops! All over the place! Look out! More rumors! Cops! They're waiting for us! I'm out of car, man! I can shoot if I have to! Tell me if I need it! Leave over this guy to pressure! She's einfach... Back the fuck off! Back across the other side, right? Two bikes? What the hell happened? Man, don't crash this way he got in the tunnels! Ah, shit! I should have paid for a better gunman! What happened to his part of the score? Nip! I managed to pick it up! Alright then, good work! Kann ich ab Kontrollpunkt weitermachen? Ich komme nicht mehr raus! Kacke! Äh, hallo? Ähm... Danke! Der Lister wurde zerstört! Was für die Kacke! Sehr... Kronisch! Ja, ich weiß... Ja, ich weiß... Was ist das? Was ist das? Sehr gut Die Polizisten haben wir abgeschüttelt, sehr gut Ja Listen, Lester, ich habe ein paar Dinge, wir haben eine Klinik Ich will, dass du nach dem Haus ein wenig später zu stoppen und wir feiern, oder? Okay Okay Oh Mann, wir sind wieder in Aktion Mein Dress ist Zahltag, wurden 2,5 Millionen abgezogen Wow Ja, verdammt, ein Einfach nicht ausgelassen sein Ist wahrscheinlich locker abgezogen Nicht dann, nicht jetzt, nicht immer Ich weiß, es ist nicht wichtig, aber lass mich dich irgendwo schön nehmen, okay? Wo bist du? Bist du in einem Stripclub? Bist du auf, aufhör dich auf den einfachen Weg Tanisha, ich muss gehen, okay? Ich werde mich ändern, ich versuchte, du wirst mich gar nicht erinnern Hm Yo, Franklin, was du, Familie? Lester, muss ich waschen Okay Was? Oh ne, jetzt, 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 kurz, weil der Social Club geht Gramps ist, ah, ffff Fuck it Fangen wir zu Michael Ne, nicht P, P wollte ich nicht, M wollte ich, genau Äh, Michael Können wir das Auto mal ein bisschen aufmotzen Faden Wuhh Faden 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 Schnellspur verschieden Ah, Karabiner sind freigeschaltet, geil. Ah, okay, ganz schön, was da? Jaa. Uuuh. Okay, ah, damit. Das heißt, für Tonja, Tonja ist das genau. Tonja, können wir gleich nochmal einen Job übernehmen. Ah, Weinwood. Weinwood Hills. Schön hier. Allerdings, das Treffen kommt erst in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.